Spaziergang zu dir selbst, Bion Katilatu. Eine magische Reise zu mehr Achtsamkeit, Selbstliebe und Glück. Ein Ausflug in den Wald für die innere Harmonie. Die unberührte Natur ist ein Ort bedingungsloser Zuneigung. Täglich beschenkt sie uns großzügig, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Kein Wunder, dass wir uns an Wochenenden und im Urlaub immer wieder zur Natur hingezogen fühlen. Dort können wir zur Ruhe kommen und in tiefere Verbindung mit uns selbst treten. Auch im hektischen Alltag ist es von Bedeutung, ab und an innezuhalten und unsere Seele aufzufrischen. Es gibt nichts Besseres dafür als einen Spaziergang. In dieser Zusammenfassung eines Spaziergangs zu innerer Einkehr, inspiriert von Bion Katilatu, laden wir dich ein, gemeinsam mit uns durch den Wald zu schlendern und dort Weisheit für die Fragen des Lebens zu suchen. Mach es dir bequem, oder besser noch, schnür dir einige bequeme Schuhe und genieße diese Gelegenheit draußen in der frischen Luft. Bist du bereit? Dann können wir beginnen. Schritte zur Annahme, Wandel begrüßen und vergangenem Entsagen. Der Wald zeigt sich tagtäglich in neuem Gewand. Mal durchdringt die Sonne das grüne Blätterdach, während an anderen Tagen schwere Regentropfen von den benästen Blättern fallen. Im Frühling singen die Waldbewohner ihre Lieder von den Baumkronen, während im Winter der Wind durch die kahlen Wipfel rauscht. Im Gegensatz zur Stadt, wo Betonstraßen und steinerne Gebäude für Konstanz sorgen, ist in der Natur der Wechsel der Jahreszeiten allgegenwärtig. Sie lehrt uns, dass Veränderung ein Teil des Lebenszyklus ist. Betrachte doch einmal die Laubbäume, im Herbst lassen sie ihre welten Blätter fallen und werden im Winter kahl. Im Frühling treiben sie dann erneut aus, um uns im Sommer mit frischem Grün zu erfreuen. Die Bäume klagen nicht über ihre Veränderungen, sie vollziehen sie einfach. Auch du bist heute nicht mehr derselbe Mensch wie gestern, und morgen wirst du wieder anders sein. Veränderung ist etwas Gutes, denn sie bedeutet Leben. Wenn du dies akzeptierst, kannst du unnötiges Leiden wie eine abgenutzte Haut abstreifen. Du beobachtest die Stürme in deinem Leben, ohne sie zu bewerten. Anstatt in schwierigen Zeiten zu verzweifeln, lernst du von ihnen. Du vertraust darauf, dass nach dem Regen immer wieder die Sonne scheinen wird. Und wenn die Sonne dann wieder strahlt, genießt du die Leichtigkeit des Seins und lässt die Vergangenheit ruhen. Hierbei kannst du von den Bäumen lernen. Sie werfen jedes Jahr aufs Neue ihre Vergangenheit ab und lassen alten Ballast wortwörtlich hinter sich. Mache es wie die Bäume und entsage der Vergangenheit. Um für Neues bereit zu sein, solltest du in deinem Geist eine klare Grenze zwischen dem, was war, und dem, was kommen wird, ziehen. Stelle es dir vor wie einen Spaziergang, bei dem du am Wegesrand verschiedene Dinge aufsammelst, einen Stein, eine Vogelfeder, vielleicht eine hübsche Blume oder eine Kastanie. Irgendwann sind deine Hände voll und du kannst nicht noch mehr tragen. Dann ist es Zeit, loszulassen. Deine Hände müssen leer sein, damit sie sich wieder füllen können. Suche dir auf deinem Spaziergang einen ruhigen Ort, eine Bank oder einen schattigen Baum und frage dich, was möchte ich loslassen und wie würde sich das anfühlen? Wegkreuzungen, die eigene Route schätzen und Kursänderungen mutig angehen. Die verschlungenen Wege im Wald sind unvorhersehbar. Sie führen nie einfach nur geradeaus wie eine Autobahn oder Landstraße. Irgendwann triffst du auf eine Wegkreuzung und musst dich für eine Richtung entscheiden. Stell dir vor, dein Spaziergang bringt dich an eine solche Wegkreuzung. Nach rechts führt ein komfortabler Pfad entlang des Flussufers. Zur linken schlängelt sich ein schmaler Trampelpfad durch das grüne Unterholz. Du fragst dich, welcher Weg der richtige ist. Um es gleich klarzustellen, es gibt keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage. Sobald du dich für einen Weg entschieden hast, wird er zu deinem Pfad. Es ist nicht zielführend, darüber zu grübeln, ob der andere Weg möglicherweise die bessere Wahl gewesen wäre. Sicherlich hätte der andere Weg dich vielleicht zu einer idyllischen Lichtung geführt oder dir unterwegs einen Schatz offenbart. Auf der anderen Seite hättest du aber auch über eine Baumwurzel stolpern und dir das Knie aufschlagen können. Das wirst du nie erfahren. Daher bleibt dir nichts anderes übrig, als dich dem Weg hinzugeben, den du auserkoren hast. Dein Weg ist dein persönliches Abenteuer. Natürlich kann er zeitweise steinig sein, aber im besten Fall sollte er sich größtenteils angenehm anfühlen. Wenn das nicht der Fall ist, ist es an der Zeit, innezuhalten und zu überlegen, was du ändern könntest. Vielleicht reicht es schon aus, den Kopf zu heben, um den strahlenden blauen Himmel zu genießen. Möglicherweise musst du das Tempo verlangsamen, um jeden einzelnen Schritt deines Spaziergangs bewusst zu erleben. Manchmal ist es auch notwendig, sich kurz zu bücken und entschlossen einen Stein aus dem Weg zu räumen. Wenn all das nicht hilft, ist es vielleicht an der Zeit, einen neuen Kurs einzuschlagen. Oft glauben wir, dass wir im Leben jeden Weg bis zum Ende gehen müssen und uns nicht von unserem Kurs abweichen dürfen. Aber das ist nicht wahr. Kursänderungen sind erlaubt. Kein berufliches Ziel muss stur verfolgt, keine Beziehung um jeden Preis aufrechterhalten werden. Wie sagt man so schön? Durch Umwege lernt man die Gegend kennen. In dieser Hinsicht ist ein neuer Weg auch eine neue Gelegenheit. Wenn du also das nächste Mal an einer Wegkreuzung stehst, frage dich, führt mein Weg noch in die richtige Richtung oder ist es Zeit für etwas Neues? Das Quaken der Frösche, Umgang mit Kritik, Nörgelei und ständigen Vergleichen. Das Besondere am Spazierengehen liegt darin, dass du die Faszination fürs Detail wiederentdeckst. Du bewunderst die filigranen Adern in den Blättern, verfolgst das flinke Eichhörnchen, das durchs Gras huscht, und erfreust dich an den glitzernden Kieselsteinen im Sonnenlicht. Möglicherweise wird dir auch bewusst, dass kein Baum dem anderen gleicht, manche sind groß, manche klein. Der eine hat mehr Äste, der andere weniger. Einige streben kerzengerade gen Himmel, während andere sanft zur Seite neigen. Die Vielfalt ist schier endlos. Tatsache ist, jeder Baum ist in seiner Einzigartigkeit vollkommen. Genauso ist es bei uns Menschen. Leider vergessen wir leicht, dass wir so, wie wir sind, richtig sind, und vergleichen uns ständig mit anderen. Doch ständiger Vergleich führt garantiert zu Unzufriedenheit. Deshalb ist es ratsam, es von Anfang anzulassen und dich so anzunehmen, wie du bist. Und lass dich auch nicht von ungebetener Kritik verunsichern. Ganz vermeiden lässt sie sich zwar nicht, aber es liegt in deiner Hand, wie du damit umgehst. Stell dir vor, du begegnest auf deinem Weg einem anderen Spaziergänger. Nachdem ihr eine Weile gemeinsam gegangen seid, hebt er einen Ast auf und reicht ihn dir. Nun hast du die Wahl, den Ast anzunehmen oder nicht. Wenn du es ablehnst, gehört der Ast immer noch der anderen Person. So verhält es sich auch mit Beleidigungen und Kränkungen, sie können dich nur treffen, wenn du sie akzeptierst. Wenn du das nicht tust, können Nörgler und Kritiker dir genauso wenig anhaben wie Frösche in einem Teich. Du hörst zwar ihr Quaken, doch in deinem Bewusstsein wird es zu einem Teil des Waldrauschens. Lassen uns noch einmal zu unseren Baumfreunden zurückkehren. Ob sie gedeihen oder welken, hängt von der Qualität des Bodens ab, indem sie wurzeln. Für uns Menschen besteht dieser Boden aus unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Je mehr du dich von Menschen umgibst, die dir guttun, desto mehr wird deine Seele erblühen. Daher frage dich, welche Menschen in deinem Umfeld bilden den nähernden Boden, auf dem du wachsen kannst? Das innere Kind, die Freude am Leben wecken und Glück finden Lass uns an dieser Stelle eine kurze Vorstellungsrunde machen. Schließe deine Augen und stell dir Folgendes vor. Tief im Herzen des Waldes befindet sich eine kleine Hütte, die von einem mysteriösen Glanz umhüllt ist. Das Fenster steht leicht offen und aus dem Inneren der Hütte dringt fröhliches Kinderlachen. Neugierig nährst du dich und trittst ein. Im Inneren der Hütte sitzt ein Kind von etwa sechs Jahren. Als es den Kopf dreht und dich anstrahlt, erkennst du, das Kind, das bist du selbst. Es gibt so viel, was du von deinem inneren Kind lernen kannst. Zum Beispiel, indem du ihm beim Spielen zusiehst. Bemerke, wie unbeschwert und glücklich es ist. Kinder wissen intuitiv, was wir als Erwachsene oft vergessen. Glück und Zufriedenheit kommen nicht von außen, sie sind unser natürliches Erbe. Lebensfreude ist für Kinder genauso selbstverständlich wie das Atmen. Doch früher oder später kommen die Erwachsenen und überreichen ihnen ein Handbuch voller Regeln. Mutter, Vater, Großeltern, Lehrer. Alle wichtigen Bezugspersonen schreiben in dieses Buch des Lebens hinein. Manchmal finden sich darin auch recht bedrückende Sätze wie Das Leben ist hart oder ohne Fleiß kein Preis. Vielleicht findest du sogar in deinem eigenen Handbuch Sätze, die bis heute auf deiner Seele lasten. Doch es ist niemals zu spät, sie durch neue, positive Worte zu ersetzen. Du könntest stattdessen hineinschreiben, jeder Tag ist ein Geschenk, oder ich bin ein liebenswerter und wertvoller Mensch. Lass dich von deinem inneren Kind inspirieren. Dazu musst du einfach nur die Augen schließen und es in seiner Hütte im Wald besuchen. Denkt gemeinsam darüber nach, was euch in diesem Moment Freude bereiten könnte. Verstecken spielen? Im Matsch herumtollen? Auf einem Einhorn durch den nächtlichen Himmel reiten? Die Fantasie kennt keine Grenzen. Das Wichtigste, was wir von unserem inneren Kind lernen können, ist, dem Pfad der Freude zu folgen. Erinnerst du dich an Benjamin Blümchen, den sprechenden Elefanten aus der Hörspielserie? Er hat einmal gesagt, wenn etwas Spaß macht, dann mache mehr davon. Diesem Rat dieses großen Philosophen sollten wir in jeder Lebenssituation treu bleiben. Lerne, auf dein Herz zu hören und einen Weg zu finden, der sowohl dein Erwachsenes Selbst als auch deine kindliche Seele mit tiefem Glück erfüllt. Am besten fragst du dich jeden Tag aufs Neue, was bereitet mir Freude? Der Pfad zur Stille, erkenne und liebe dich selbst. Menschen, die sich oft an der frischen Luft aufhalten, dürfen nicht erwarten, dass bei jedem Spaziergang die Sonne strahlt. Gelegentlich ziehen sich am Horizont dunkle Regenwolken zusammen und es ist keine Schutzmöglichkeit in Sicht. In solchen Momenten ist es leicht, in negative Gedankenmuster zu verfallen. Vielleicht denkst du, oh nein, gleich werde ich klatschnass. Und schon hast du die Wolken am Himmel mit einer negativen Wertung belastet, die sich in deinem Geist zu einer Abwärtsspirale entwickelt, ähnlich wie ein Stein, der einen Hang hinabrollt und dabei immer schneller wird. Aber wie wäre es, wenn du stattdessen denken würdest, wie schön, gleich kann ich im Regen tanzen? Wettest du nicht, dass du dann fröhlicher durch das Unwetter schreitest? Oder du könntest einfach bemerken, da sind dunkle Wolken am Horizont. Anstatt Dinge zu bewerten, benennst du sie lediglich. Dadurch lenkst du dein Bewusstsein auf das Hier und Jetzt und verstrickst dich nicht unnötig in mögliche Zukunftsszenarien. Tatsache ist, wahrer innerer Frieden offenbart sich nur in der Gegenwart. Daher übe dich darin, deine Gedanken sanft, aber bestimmt auf die Realität zu lenken. Wenn du zum Beispiel den Gedanken hast, sie hatte wohl Besseres zu tun, als mich anzurufen, könntest du ihn umformulieren zu, sie hat nicht angerufen. Spürst du den Unterschied? Das eine ist eine negative Wertung, das andere eine sachliche Feststellung, die deinen Geist in Richtung Klarheit und Stille lenkt. Die Bedeutung dieser Stille lässt sich gut anhand eines Teiches erklären. Wenn du das nächste Mal an einem See oder Teich stehst, nimm einen Stock und rühre damit vorsichtig im Wasser um. Was siehst du? Richtig, nur die aufgewühlten Wellen auf der Oberfläche. Jetzt warte einen Moment, bis sich das Wasser wieder beruhigt hat. Was siehst du jetzt auf der Wasseroberfläche? Richtig, dein eigenes Spiegelbild. Aber das ist noch nicht alles. Wenn du geduldig bist und deinen Geist zur Ruhe kommen lässt, wirst du mit der Zeit die Steine am Grund des Teiches erkennen. Daraus lernen wir, wahre Erkenntnis entspringt der Stille. Übrigens, die gleiche Form der Gedankenhaltung kannst du auch auf das anwenden, was wir Selbstliebe nennen. Wenn du beim Spazierengehen ausrutschst und im Dreck landest, reicht es, zu denken, oh, ich bin ausgerutscht. Du musst dich nicht zusätzlich beleidigen und dir sagen, ich dummer Idiot, wieder einmal auf die Nase gefallen. Als Leitfaden für den richtigen Ton in deinem inneren Dialog, frage dich immer, wie würde ich mit einer Person sprechen, die ich über alles liebe. So wirst du nach und nach lernen, liebevoll und nachsichtig mit dir selbst umzugehen. Fazit Hast du schon einmal bei Einbruch der Dämmerung einen Friedhof besucht? Wenn nicht, sollte das unbedingt auf deine To-Do-Liste. Friedhöfe sind inspirierende Orte der Besinnung, an denen wir wertvolle Lebenslektionen erhalten. Manche Menschen fühlen sich zwischen den Gräbern unbehaglich, weil es sie daran erinnert, dass auch sie eines Tages sterben werden. Dabei verleiht der Tod dem Leben seine einzigartige Tiefe. Er macht jeden Augenblick kostbar und erinnert uns daran, was am Ende eines langen Lebens wirklich von Bedeutung ist. Gemeinsame Momente mit den Menschen, die wir lieben, Momente purer Lebensfreude und Augenblicke tiefster Erkenntnis. Niemand sagt auf dem Sterbebett, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet und mehr Geld ausgegeben. Es könnte jedoch geschehen, dass jemand sagt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Träume zu leben. Unsere Träume sind mächtige Wegweiser. Sie zeigen uns, wie wir die Welt zu einem besseren Ort machen können, und sie warten darauf, verwirklicht zu werden. Stell dir vor, du würdest Gott nach deinem Tod fragen, warum er nichts gegen all das Unrecht auf der Welt unternommen hat. Seine Antwort könnte lauten, ich habe doch etwas unternommen, ich habe dich erschaffen. Du bist also ein Teil der Lösung. Dein Licht vertreibt die Dunkelheit, genau wie das ewige Licht auf einem Grabstein oder die Sterne, die am nächtlichen Himmel funkeln. Doch um zu leuchten, musst du für etwas brennen. Nur wenn du buchstäblich Feuer und Flamme für etwas bist, kannst du dir selbst und anderen den Weg nach Hause zeigen. Also frage dich ehrlich, wofür schlägt mein Herz? Sobald du die Antwort findest, wird sie dich direkt zu deinem wahren Selbst führen.